Bevor es los geht, muss ich euch noch zwingen, auf meinem neuen Kanal vorbeizuschauen. Da ist gerade ein Video hochgeladen worden und ja, das ist voll gut und liked das und ja. Und abonniert meinen Vidme-Account. Yo Leute, was geht ab? Julex bzw. Incrime ist auch am Start. Was geht ab? Okay, ich nehme einfach deine Anmoderation. Start Game. Erstmal ein Dislike dagelassen. Das ist jetzt echt assi. Ich mache das perfekt. Ist das ein Penis, Alter? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, let's play. Das war ein Skateboard. Ich wollte rein, du Bastard. 1, 2, 3, let's play. Und? Entschuldig. Ich sage dir einen kleinen Tipp, du kannst da drauf Urlaub machen. Karibik. Da rauf, nicht dort. Kreuzfahrt. Ja, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrt. Ja, ja. Was? Nein, es hat nichts mit dem Geschlechtsteil zu tun. Ach so. Meine Zuschauer wissen ganz genau, was ich meine. Spiegel, ach so. Ah. Ja, okay. Oh, Tja, gewonnen. Ich bin Zweiter nach all den Days. Okay, tschüss.